Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Nachdem ich in der letzten Woche keinen Film erstellen konnte, weil wir immer noch mit dem Umzug beschäftigt waren, freue ich mich endlich wieder einen neuen Film hochladen zu können und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ich hatte es vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen in den letzten Videos schon angesprochen, dass ich mir ein Messer habe zusammenstellen lassen und zwar die Mischung aus einem Victorinox und einem Spyderco. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe das Messer natürlich schon gesehen, aber um das Ganze etwas spannender zu machen. Hier ist übrigens noch ein weiteres Tool dabei. Dabei handelt es sich um die Olight 1 3T EOS, eine kleine Taschenlampe. Und die habe ich einfach dazu getan, weil sie von der Farbe her wunderschön dazu passt. Aber jetzt geht es hier um das eigentliche Messer und hier sieht man es langsam schon durchschimmern. Und das ist das gute Stück. Ich finde, es ist bildschön. Ich weiß nicht, ob das so auf der Kamera rüberkommt, dieses Farbenspiel aus Blau, dunklem Lila und diesen, ich würde sagen, bronzufarbenen Ziellinien hier drin. Das war natürlich nicht dabei, das habe ich selber dazu geknüpft. Aber es handelt sich in der Basis um ein Swisschamp, beziehungsweise ich konnte mir halt die Tools vom Swisschamp heraussuchen, die mir gefallen haben. Und die eigentliche Klinge ist von einem Spyderco Dragonfly. Gefällt mir sehr gut. Ist eine der wenigen Klingen, die in diese 91mm Victorinox hineinpasst. Ich lasse das mal draußen, damit man dann später mal die ganzen Tools sehen kann. Dazu habe ich mir eine Wellenschliffklinge einbauen lassen. Ich mache das hier mal weg, weil das lenkt eher ab. Eine Wellenschliffklinge, die finde ich halt immer unheimlich praktisch, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Seil durchzuschneiden, Paracord, vielleicht auch im Auto den Sicherungsgurt. Und zudem habe ich noch die kleine originale Klinge drin aus dem Swisschamp. Die lasse ich jetzt auch mal hier drin. Dann natürlich der Kreuzschraubendreher, der darf ja nicht fehlen. Der ist eigentlich immer dabei. Ebenso wie Dosenöffner und auch Flaschenöffner. Auch das packe ich mal dazu. Und was ich ganz wichtig fand, war natürlich die Lupe. Es handelt sich hier um die, meiner Meinung nach, ältere Baureihen der Lupen. Kann auch sein, dass es tatsächlich die neuere ist. Aber bei meinem anderen Swisschamp sieht die auf jeden Fall völlig anders aus. Aber es ist tatsächlich eine Original Victorinox. Ich war am Anfang etwas verwundert, weil ich gedacht hatte, oh, was hat er mir da eingebaut? Übrigens das Messer. Das ist ein Bekannter aus Facebook, den ich angeschrieben habe, aber mir dieses Messer anfertigen kann. Er war von der Idee direkt begeistert. Hier übrigens noch die Pfeile dabei. Und natürlich auch noch die Schere. Das sind die Tools, die jetzt auf der Seite hier verbaut sind. Und natürlich, ich hätte es fast vergessen, die Victorinox-Säge. Eines der wichtigsten Tools überhaupt bei meinen Victorinox-Messern. Ja, und ihr seht schon, das Ganze ist mit orangenen Linern ausgelegt worden. Das konnte ich mir selber aussuchen. Ich hatte überlegt, ob ich mir blau dazu nehme. Aber ich fand orange eigentlich passend. Ich finde orange so im Outdoor-Bereich ohnehin sehr interessant. Und die Farbkombi aus diesem blau-lila hin zu orange ist einfach top. Und von den Werkzeugen her, wie gesagt, das war jetzt die Frontseite. Auf der Rückseite ist auch noch ein bisschen wenig. Aber was ich halt cool fand, ich konnte mir genau die Werkzeuge zusammensuchen, die ich halt haben wollte. Und beim originalen Swisschamp ist zum Beispiel keine Wellenschliffklinge dabei. Die finde ich aber tatsächlich unheimlich cool. Da stehe ich auch bei meinen Leatherman-Tools immer sehr drauf. Ja, und ihr hört das ja alles, rastet fantastisch ein. Hört mal hin. Wirklich, wirklich tolle Arbeit. Sehr, sehr sauber gearbeitet. Dann auf der Rückseite haben wir natürlich noch die Ahle. Und diesen, ja, manche sagen dazu, diesen Tragegurt für Taschen. Andere sagen, es wäre ein Reinigungstool für die Hufeisen Hufeisen von Pferden. Oder ursprünglich wäre es das mal gewesen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür es ist. Aber das ist halt dabei als Lückenfüller, weil zwei Ahlen wollte ich nicht drin haben. Und der obligatorische Korkenzieher ist natürlich sowieso dabei. Hier, das habe ich mir extra dazu gekauft. Das ist dieses Ameisen, das heißt Ameisentool. Auf jeden Fall ist es dieser Zunder zusammen mit diesem Mini-Feuerstein. Und das heißt im Englischen irgendwas mit Ant. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Antfire oder so. Und das passt halt genau auf diesen Korkenzieher. Ich habe mir das extra so mit Schrumpfschlauch abgedichtet, damit es nicht auseinanderbröselt. Weil das ist leider eine Macke. Das ist ja im Endeffekt hier unten der Bereich. Das ist so ein Zundermaterial aus Wachs. Und das bröselt halt sehr leicht. Und durch diesen Schrumpfschlauch wird es halt ganz einfach etwas geschützt. Und was halt im Auslieferungszustand noch dabei war, ist halt ein blauer Zahnstocher sowie die blaue Pinzette. Und wie gesagt, das ist halt mein eigenes Einzelstück. Ein Spider-Nox oder wie auch immer man es nennen mag. Aber ich finde es einfach fantastisch. Es ist so ein ultraschönes Messer geworden. Allein schon mit diesen Griffschalen. Ich finde die richtig bärig. Wie gesagt, schade, dass es auf der Kamera nicht so wirklich rüberkommt, wie das Ganze wirkt. Aber insgesamt ein richtig, richtig tolles Messer. Und gleich hole ich mal ein Original-Swisschamp dazu, das wir mal so ein bisschen vergleichen können. Auch was zum Beispiel das Gewicht betrifft oder eben die Größe. Aber dazu dann gleich mehr. So, ich habe jetzt hier mal ein ganz normales Swisschamp. Dann das Cybertool L, was ja dem Swisschamp sehr ähnlich ist. Und natürlich mein neues Spider-Nox. Und was natürlich direkt als erstes auffällt, ist, dass das Swisschamp eine Zange enthält. Die ich jetzt hier bei meinem eigenen Tool nicht dabei habe. Und beim Cybertool L ist die ebenfalls dabei. Ich habe mich bewusst gegen die Zange entschieden. Denn zum einen hätte ich hier noch einen Layer mehr gebraucht. Das heißt, das Ganze wäre noch etwas breiter geworden. Und zum anderen, ich finde Victorinox super. Wirklich. Aber mit der Zange kann ich tatsächlich kaum was anfangen. Ich habe in der Regel noch einen Leatherman dabei. Oder halt das Victorinox Zangentool, wo halt eine richtig große und breite Zange dabei ist. Und wenn ich wirklich mal irgendwie einen Nagel rausziehen muss oder sowas, dann mache ich das eben mit diesen Tools. Hier, die Zange, die habe ich so gut wie nie verwendet. Habe ich mir gedacht, ich kann darauf verzichten. Ansonsten ist das Swisschamp genauso wie das Cybertool im Originalzustand. Bis auf die Schalen, die sind ausgewechselt worden. Aber der Rest ist halt alles Original. Und hier halt mein Spydernox. Dann habe ich hier mal eine Waage. Ich hoffe, dass man die Zahlen dann gleich lesen kann. Also wir haben beim normalen Swisschamp um die 150 Gramm. Dann beim Cybertool 160 Gramm. Das liegt vielleicht an den Bits, die dabei enthalten sind. Und bei dem Spydernox, obwohl jetzt das Lanyard dran ist, kommen wir auf 166 Gramm. Das kann zum einen daran liegen, weil hier Metallschalen dran verbaut sind. Das würde natürlich etwas Gewicht dazu bringen. Aber gleichzeitig habe ich ja, wie gesagt, auf diese Zange verzichtet. Dafür ist hier halt diese Wellenschliffklinge dabei. Und natürlich diese Spydernoxklinge. Das gleicht sich also ziemlich aus, die 18 Gramm Unterschied im Gewicht zum Swisschamp beziehungsweise 8 Gramm zum Cybertool. Das ist lächerlich gering. Dafür habe ich jetzt trotzdem ein ganz spezielles eigenes Tool, was es so halt kein zweites Mal gibt. Und ich finde es wirklich, wirklich perfekt. Es ist ein richtiger Handschmeichler geworden. Fasst sich sehr, sehr gut an. Die Tools, wie gesagt, gehen absolut perfekt. Die Spyderco-Klinge, vielleicht, falls es die Leute nicht wissen, also Spyderco produziert zum einen in Amerika und zum anderen in, ich glaube, Japan oder China. Die teuren hochwertigen Klingen, die kommen natürlich aus Amerika. Die günstigeren Klingen eben aus Asien. Und die Spyderco Dragonfly, das ist eine dieser asiatischen Klingen. Wobei ich aber dazu sagen muss, die sind von der Legierung her, also von dem Stahl, der verwendet wurde, anders. Aber generell schneiden die deshalb nicht schlechter. Also die schneiden trotzdem sehr gut. Und das kann ich noch dazu sagen, egal, welche Messer ich mal in China bestellt habe oder eben über Amazon oder Ebay halt in China bestellt habe, die Messer waren in der Regel immer gut angeschliffen und durchaus brauchbar. Wie gesagt, vom Stahl her gibt es da einen Unterschied. Das heißt, es kann sein, dass die sich halt schneller verbiegen, schneller brechen, schneller stumpf werden, dafür dann aber vielleicht wieder auch leichter angeschliffen werden können. Aber generell ist das ja trotzdem hier, ja, sag mal, das ist jetzt eher so ein Sammlerstück. Das Swisschamp und das Cyber Tool, das habe ich des Öfteren mal hergenommen. In der Regel aber auch, um irgendwelche Sachen zu schneiden. Man sieht es bei dem, wie oft das gebraucht worden ist. Das müsste dringend wieder sauber gemacht werden und auch vor allen Dingen mal wieder geölt werden. Aber das Spider-Nox ist ein Sammlerstück. Was ich auch noch dazu sagen kann, ich habe das Tool in Amerika anfertigen lassen. Wie gesagt, bei einem Kollegen, den ich von Facebook aus kenne, das Werkstück wurde nach Bezahlung angefertigt, dann versendet. Der Versand hat drei Wochen gedauert. Ich habe es vorher beim Zoll angemeldet. Das heißt, ich musste dafür Steuern zahlen. Logischerweise, weil der Wert über 150 Euro liegt. Den genauen Preis möchte ich jetzt nicht sagen. Ganz einfach aus dem Grund, man kann sich die Tools ja zusammenstellen, wie man möchte. Umso mehr Werkzeuge dabei sind oder andere Schalen oder welche Spider-Kuglinge jetzt verwendet wird oder wie das mit den Linern ist. Da gibt es ja auch verschiedene Materialien. Dementsprechend variiert der Preis immer wieder. Ich hatte Angebote in Deutschland, die gingen über 500 Euro. Ich sage mal, realistisch unter 300 Euro ist da wahrscheinlich nicht so viel möglich. Es sei denn, ihr habt ein ganz schmales Tool mit nur zwei, drei Layern. Die gibt es dann vielleicht auch schon für 150 Dollar beziehungsweise 150 Euro, je nachdem, wie der Umrechnungskurs gerade ist. Aber man muss halt für ein spezielles Tool etwas tiefer in die Tasche greifen. Und alleine das Spider-Code Dragonfly, das kostet als komplettes Messer. Und anders kommt man an die Klinge ja nicht ran. Man kauft ein komplettes Messer, zerlegt es, dann hat man die Klinge. Und das kostet bereits um die 120 Euro in Deutschland. Also von daher ist da jetzt nicht so viel möglich mit Preisspielereien. Ansonsten, wie gesagt, das Werkstück ist wundervoll angefertigt worden. Man sieht keinerlei Nähte irgendwo. Die Spaltmaße sind top. Die Liner sind super geschnitten. Keine Gräte, keine Kanten, nichts. Jedes Werkzeug für sich federt hervorragend. Nichts, was da irgendwie klemmen würde oder so. Wirklich, wirklich fantastisch. Und eines meiner neuen Lieblingsstücke. Vorhin hatte ich noch kurz angesprochen, die Olight 1-3T EOS. Wie gesagt, ich finde, die passt von der Farbe her sehr, sehr schön dazu. Ist halt nicht optimal 1 zu 1 der Ton. Aber es ist tatsächlich gar nicht so leicht, eine ordentliche blaue Taschenlampe zu finden. Olight, da habe ich ja jetzt schon, ich glaube, meine dritte, die ich jetzt hier verwende. Und mit der bin ich übrigens sehr, sehr zufrieden. Die ist für abends sehr geil. Hat ein sehr schwaches Licht auf Stufe 1. Hat aber zudem auch Stufe 2, wo es dann schon wesentlich heller ist. Das reicht also allemal, um draußen in der Dunkelheit den Weg zum Auto zu finden. Die brauche ich, glaube ich, nicht weiter genauer vorzustellen. Auch die ist, soweit ich weiß, wasserdicht. Schönes Tool. Passt wunderbar zu meinem neuen Spider-Nox. Und so viel zum heutigen Video. Ja, das war jetzt das erste Video aus meinem neuen Aufnahmestudio, aus meinem neuen Büro. Hier der Bereich, der wird in nächster Zeit noch anders gestaltet werden. Ich habe mir dazu so eine coole Schneidmatte bestellt, die ich hier hinlegen kann als Untergrund, damit das hier an den Stellen nicht so reflektiert durch das Licht. Ich hoffe, dass jetzt wieder in regelmäßigen Abständen Videos kommen werden. Falls euch der Film heute gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, ob ihr selber einen Spider-Nox besitzt. Falls ja, könnt ihr mir vielleicht dazu schreiben, welche Klinge bei euch verbaut wurde, beziehungsweise welche Tools bei euch enthalten sind. Würde mich einfach mal interessieren. Ich denke, dass das nicht mein letztes Spider-Nox bleiben wird, aber für den Anfang habe ich schon mal einen wirklich guten Start hingelegt, würde ich sagen. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.